Und, wie geht's dir? Mir geht's super, weißt du. Ich, ähm, ähm, ich mach das, was zu tun ist. Was meinst du damit? Es tut mir leid, Dad. Wie wär's, wenn wir was essen und uns unterhalten? Das wäre doch eine Idee, oder? Bitte. Du denkst, dass du die Sache unter Kontrolle hast. Ich weiß, wieso ich das tue. Das ändert bloß überhaupt nichts. Und dir ist das nur peinlich, weil du was, was Besonderes aus mir machen wolltest. Dein besonderes Werk. Und wer ich jetzt bin, gefällt dir nicht. Ja? Wer bist du denn, Nick? Ich bin's, Dad. Das ist genau das, was ich bin. Nein, du bist nicht der, der hier spricht. Das bist du nicht. Was machst du denn? Weil du über alles die Scheißkontrolle brauchst. Ständig und immer zu. Komm, ich, komm, ich buch dir ein Zimmer. In einem Hotel. Nur für ein paar Nächte. Ich wollte nicht, dass es so läuft. Mein Sohn ist verschwunden. Nicholas Schäff. S-H-E-F-F. Wir haben niemanden mit diesem Namen aufgenommen. Ich sehe ihn manchmal an. Diesen jungen Ding, den ich großgezogen habe und von dem ich dachte, dass ich ihn in- und auswendig kenne. Und ich habe keine Ahnung, wer er ist. Ich dachte, wir, wir stehen uns nahe, sogar näher als die meisten Väter und Söhne. Warum? Ich habe mich besser gefühlt als hier zuvor. Ach so, habe ich es weitergenommen. Das sind wir doch nicht. Das ist nicht das, wofür wir stehen. Mein Sohn ist irgendwo da draußen. Und ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll. Du kannst ihm nicht helfen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich krank bin. Ich habe doch keinen Krebs oder so. Scheiße, es war meine Entscheidung. Ich habe das selbst zu verantworten. Ich habe versagt. Ich schaffe es einfach nicht allein. Ich weiß jetzt, dass ich einen Weg finden muss, um dieses große, schwarze Loch in mir zu füllen. Da ist noch meine Familie. Ich will, dass sie stört auf mich sein. Alle das, was in dir steckt, das wirst du auch wiederfinden. Du wirst es zurückbekommen. Weißt du, wie lieb ich dich habe? Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. Alles auf der Welt? Alles auf der Welt. Alles auf der Welt. Alles auf der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020